Aber dieses Kostüm ist sehr verrückt. Ich möchte nur fragen, was ist dein Kostüm? Es ist das Kostüm einer Mutter, die in Halloween verliebt. Aber du hast den Kostüm. Es ist noch peligroso zu sprechen. Nein, es ist noch peligroso. Wie heißt du? Sarah. Ich heiße Vladi. Einfach extrem viele Leute hier. Also ich würde vermuten, es sind auf jeden Fall viele Touristen hier. Aber auch viele Einheimische. Wow, Leute. Da habe ich gerade einen krassen und toten Mexikaner gefunden. Herr, eine Frage. Was ist dein Kostüm? Katrin, aus Mexiko. Aus Mexiko? Es ist wie ein Mariachi-Muerte. Ja, der Film von Coco. Ah, ja, ich kenne den Film. Mit der Gitarre. Kannst du spielen? Nein, nein, nein. Kannst du spielen? Nein, es ist ein Video. Nein, es ist ein Video. Bist du ein FBI-Agent? Ja. Ja, bitte nicht mich verraten. Ich bin schlecht. Hasta luego. Also, er ist ein toter Mariachi. Quasi. Ihr kennt auch den Film Coco. Von da ist das. Aber geil. Aber geil. Leute, ich habe ein paar Leute gefunden. Alter, die sehen richtig schreckenderregend aus. Siehst du dich rein? Ja. Das ist innerer. Das ist ein Horror. Ja? Ja? Ja. 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 Und dein Kostüm ist sehr Mexiko. Mexiko? Mexiko, ja. Mexiko. Ja, nicht von Kolumbien. Ja, du bist aus Kolumbien? Ja, wir sind Kolumbien, ja. Ja, wir sind Kolumbien. Ja, ich bin schw Bin ein Freund von Kolumbien. Ja, 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 ja. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist sehr faszinierend. Wenn wir ihn in Englisch sprechen, dann wird es auch faszinierend. Wie viele Jahre du in der Riffe bist? 8 Jahre. 8 Jahre? Wie ist die Leben in der Kolumbien? Das ist gut. Es ist eine Menge. Ich möchte nach Kolumbien gehen. Das ist der nächsten Mal. Du bist in Kolumbien. Das ist sehr gefährlich für die Blanken. Nein, wir sind auch 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 Blanken. Ich bin Blanken. Ich bin Blanklob. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist verrückt. Die Stadt, die Flüchtlinge. Die Stadt, die Flüchtlinge. Die Kindio. Die Kindio. Die Kindio. Die Kindio. Die Kindio. Die Medellin. Die Kale. Ereira Manizales. Ah, das stimmt. Das stimmt. Es ist meine erste Mal zu treffen Menschen aus Kolumbien. Das ist meine erste Mal. Die Leute aus Kolumbien. Ja, das erste Mal. Die Kolumbien. Kolumbien ist eine Chimpa. Wie ist dein YouTube? Wie ist dein Kanal? Wladivano. Das ist mein Kanal für Deutsch. Oh, komm. Wladivano. Wladivano ist wie Ude. Ja, ja, ja. Ich bin aus Deutschland. Aber ich bin medio Deutsch und russisch. Ah, medio Russisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Un razzonero ist einfach blanco. Wie? Un razzonero ist einfach blanco. Ja, ja, ja. Gut. Vielen Dank. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Nomi. Nomi. alle Minute. Aber eine nochmutter mit einem großen Schatten. Ciao. 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 Oh, geil, Alter. Meine ersten Leute aus Kolumbien. Furchteinflößend, auf jeden Fall, ey. Verdammt, ich hatte schon ein bisschen Angst, Alter. Leute, ich habe wieder ein paar Geist gefunden, die auch verkleidet sind. Okay, okay. Vale, eine Frage. Qual ist dein Kostüm? Dracula. Dracula. Oh, es ist mein Name, mein Name ist Vladi, aber Vlad ist Graf Drácula. Ja, 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 aber ich mag es, ich mag es. Danke. Und dein Kostüm ist aus Kolumbien, ja? De Kolumbien. Wow, ich mag Kolumbien. Mein Land, Latina. Aber ich habe eine Freundin in Kolumbien. Ja, ich mag es. Ja, ich mag es. Ja, ich mag es. Wie viele Jahre? 20. 20? und sage dir, Minni. Eту Kostüm ist Papa? Ja, Papa. Ja, Die Pantera kommt, die Pantera. Senegal. Ah, ja, und ich habe einen Blatt. Ja, ja, das ist ein Blatt. Ah, ja. Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Du siehst du wie ein Joker? Ja. Ja, ja. Aber dieses Tattoo ist real? Es sind ein Marker. Ah, ja. Wie viele Jahre? 20 Jahre. 20 Jahre? 25 Jahre. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Halt ein, ja. Ja, ja. Ja, ja. De, woher? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich liebe Kolumbia. Ich gehe zu Kolumbia im nächsten Jahr. Ja. Aber ich suche eine Kolumbia aus Kolumbien, mit einem großen Husten. Ja? Ja, in dem Aeropuert sie sie bekommen. Es gibt viele Frauen mit einem großen Husten. Ja, natürlich. Ich liebe es. Wie heißt sie? Juan Jose. Juan Jose. Juan Jose? Ja, Juan Jose. Me llamo Vladii. Vladii? Vladii. Und du bist... Kolumbien. Ja, die Mutter von... Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Ah, okay, okay. Und wie bist du? Angelica, schön dich kennenzulernen. Angelica, schön dich kennenzulernen. Okay, okay. Venga. Verrückt, also anscheinend sind hier echt viele Leute aus Kolumbien da. Find ich irgendwie cool, ganz ehrlich. Du bist. Ja, das hast du. Welche sind deine Kostüm? Ja, das ist mit den Pistolen. Ja, aber mit den Pistolen und den Pistolen. Mit den Pistolen und den Pistolen. Mit den Pistolen? Mit den Pistolen. Mit den Pistolen. Oh, das ist für diesen. Mit den Pistolen. Mit den Pistolen. Das ist ein Terror. Ja, Terror. Terror, Terror. Terror. Terror, Terror. Oh, ist es real? Ja. Ah! Es ist sehr gefährlich. Also das Kostüm war auf jeden Fall extrem schreckenerregend. Der hatte sogar quasi so einen Finger gehabt, war natürlich nicht mein Finger, ist ja logisch, aber trotzdem extrem schreckenerregend. Okay guys, ich hab da einen Typ auf dem Schirm gerade, mal gucken, ob ich den gefangen bekomme. Ich hab da einen Kreativ aus. Wie ist dein Name? Roberto. Und wie ist dein Kostüm? Lord of the Death. Oh, Lord of the Death? Ja, aber du willst mich nicht töten. Bitte, bitte. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt, aber wann? Nicht zu mir, ich will nicht wissen. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen. Italien. Italien? 50% Kongo, 50% Italien. Meine Ex-Germine ist aus Kongo. Oh, ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Prost! Prost! Nice, nice. But you, live in here, or are you on holiday? Live here. How long? 11 years. 11 years? 11 years, now. And, why this costume? I like it. Ah, okay. No, no reason. Halloween. Okay, okay, okay. That's great, that's great. Uh.. Go, un에서는 das ist so Master of Control. Wahnsinn. Master of Control. Das ist aus dem Video-Spiel, oder? Ist das nicht aus dem Faktor? Ich weiß das, ich weiß das. Danke! Roberto? Tschüss! Also, der hat sich als der Tod verkleidet. Mein Akku ist jetzt gleich leer. Das heißt, ich beende das Video jetzt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu dazugeschaltet habt, abonniert auf jeden Fall. Dieses Video endet hier, doch das nächste kommt schon bald. Und wir sehen uns in the next one. Peace!